Hallo ihr Lieben, heute ist Sonntag, der 23. März und wie versprochen werde ich heute den Gewinner oder die Gewinnerin des letzten Warnklicks-Gewinnspiels auslosen. Meine Glücksfilmer Laika ist schon bereit und überzeugt sich eben vom ordnungsgemäßen Zustand der Erziehungsanlage. Vor ihr liegen zwölf Pinsel, jeweils beschriftet mit den Namen der Teilnehmer. Und ich werde jetzt versuchen, mit einem Trick, den wir gerade lernen, sie die Pinsel aufräumen zu lassen. Der Pinsel, den Sie als letztes aufräumen, da steht der Name des Gewinners oder der Gewinnerin drauf. Gut, viel Spaß beim Zusehen. Laika, bitte aufräumen. Prima. Und bitte aufräumen. Prima, super, gut gemacht. Bitte aufräumen. Super. Bitte aufräumen. Klasse. Gute. Bitte aufräumen. Richtig aufräumen. Richtig aufräumen. Bitte aufräumen. Den hast du schon aufräumen. Bitte aufräumen. Aufräumen. Super. 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 Bitte aufräumen. Prima. 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 Bitte aufräumen. Klasse. Und bitte aufreißen. Super. Dann bleibt übrig dieser Pinsel hier, da steht der Name drauf, Ingrid Kehle. Ingrid Kehle. Herzlichen Glückwunsch, Ingrid Kehle. Dann müsst ihr jetzt bitte auch aufreißen. Super, gut gemacht. Danke, Malaika. So, danke fürs Dabeisein. Und ich hoffe, die Ingrid meldet sich bei mir. Herzlichen Glückwunsch. Tschüss, ihr Lieben.